Servus und Willkommen zu Masakien Fitness. Heute zeige ich euch Fliegende für die Brust und zwar mit Kurzhantung. Kurzhantung habe ich mir schon vorbereitet. Gehen wir in eine stolze Erhaltung, das heißt Schultern zurück, kurz rausdrücken, dann gehen wir nach hinten. In der Grundstellung, also in der Startposition sind die Arme gestreckt und dann drehen wir die Ellbogen bewusst nach außen, leicht, also nicht so irgendwie, sondern wirklich nach außen drehen und gehen dann zur Seite, die Arme sind leicht gebeugt, aber nur leicht, dann gehen wir in die Dehnung und wieder nach oben. Am höchsten Punkt berührt sich die Handlung nicht, das heißt nach unten die Ellbogen bewusst auslassen und wieder nach oben. Und schön am Ende zusammendrücken, also richtig schön in die Dehnung gehen, die Schultern bleiben auf der Bank. Das ist eine tolle Übung. Die Übung könnt ihr auch am Boden ausführen. Dann habt ihr ein Sicherheitsnetz und das Verletzungsrisiko ist dadurch weniger. Viel Spaß beim Trainieren! Bostöse Fuck 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 motherfucker pack